Guten Morgen, ich möchte euch heute mal mein Frühstück zeigen und zwar ist das hier diese kleine Schüssel. Ich habe hier einen Apfel geschnitten, Petersilie, die wild bei uns zur Zeit im Garten wächst. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann habe ich hier Mangold, die wächst auch zur Zeit wild im Garten. Da habe ich jetzt hier nur ungefähr drei Blätter. Dann habe ich ein Stück Kurkuma. Das unten drunter ist Wiesengras, das ist auch aus dem Garten. Da gibt es bestimmte Süßgräser, die werde ich euch auch nochmal genau zeigen, wenn ich die Kamera mal wieder nicht vergesse im Garten. Dann ist hier noch Brennessel auch aus dem Garten und das war's. Das ist dann heute mein Frühstück und da ist ein Haar dabei vom Kleinen, den machen wir mal weg. So, das ist jetzt unser Frühstück. Ich mache jetzt das Gerät gleich an und ich habe hier tatkräftige Unterstützung. Dann macht das richtig super machst du das, Loni. Super machst du das. Fällt gleich um. Warte mal. Dann mach das mal an, mancher zweite Bild drücken. Oh, jetzt geht die Kamera nicht so gut. Genau, super machst du das, Loni. Drücken. Drücken. Und drücken. Super. Super machst du das. Drücken. Genau. Dann mach die Mama mal, dann hilft dir mal mit. Festes Drücken. Mache mal die Hand da weg. Hand weg. Hand weg, Loni. Oh, da ist noch ein Haar in deiner Hand. Komm, Hand weg, mein Schatz. Hand weg. Nicht nicht reingreifen. Warte. So, dann machen wir noch den. Nein, Loni, lass das mal bitte. Das da unten alles lassen. Guck, da kommt der Saft rein. Lass das mal. Hier kommt schön der Saft rein. Lassen wir das mal. Kommt die Petersilie noch rein. Petersilie. Und dann drücken wir das schön da rein. Super machst du das, Loni. Der ganze Krabbelsalat bei den Pfüßen sieht auch gut aus, gell? So, guck mal, was da rauskommt. Da kommt der Saft raus. Machen wir jetzt mal das andere Grünzeug rein. Und rein drücken, Loni. Warte, die Mama hilft mal nach. Komm, die Mama hilft mal nach. Stell mal Hand weg, mein Schatz, hier jetzt. So, da kommt noch ein Apfel rein. Warte. Noch ein Apfel rein. Habo, Loni. So, noch ein Apfel rein. Da kommt hier unten jetzt der schöne Saft raus, wie ihr sehen könnt. Hier kommt der Rest da raus, den wir nicht brauchen. So. Apfel. Apfel. Doch, den brauchen wir später. Apfel. Apfel, willst du? Apfel. 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 Du machst das prima, Loni. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Grünzeug rein. Apfel. So, Loni, warte. Jetzt kommt noch was rein und weg damit. Warte, Mama, mach doch mal jetzt rein. Du machst jetzt hier deine Hand weg, das ist mir jetzt ein bisschen fertig. Warte. Mama, mach das jetzt, Sender. Warte, 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 warte. Schätzchen, Mama, dann sind wir, Sender, 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 Loni. Okay, mach du. Der Chef macht's, komm. Hand nicht rein, nicht da rein. Jetzt muss ich mir mal was nachholfen. So, jetzt ist das reich, super gemacht. Super gemacht. Nein, nicht die Finger da reinstecken müssen. So. So, jetzt bist du fertig. Guck mal, was da rauskommt. Da kommt eine Wurst raus. Das ist eine Wurst. Ui. Das macht denn die Wurst da. Eine grüne Wurst. Der Loni hat noch nie eine Wurst gegessen, der weiß gar nicht, was Wurst ist. Nur von dem Buch die Kackwurst, genau. Der heißt dann nochmal der, der, der Hans und die Kackwurst oder sowas. Das ist jetzt das Frühstück. Fertig. Hat er jetzt alles reingezogen. Siehst du aus. So, jetzt kippen wir das mal hier schön um. Einmal einschenken, bitte. Für Loni und Mama. So, kannst du es nehmen und probieren, mein Schatz, nehmen. Ja. Ja. So, seht ihr das? Das ist jetzt der Dresde. Der ist, ähm, ja, der kann den Magen gar nicht verarbeiten. Deswegen kommt es in den Müll. Deswegen brauche ich auch mal einen Entsafter. Mit dem Mixer geht es auch, aber das muss man dann halt filtern. Der Saft ist jetzt extrem süß, weil ein Apfel dabei war. Denn der Apfel hätte ja nicht gerne nicht reingemusst. Aber dann, weil er mit trinkt, mache ich das halt dann noch mit dazu. Ja, und das ist jetzt erstmal mein Frühstück. Ihr seht, das sieht nicht viel aus, aber hat unglaublich viele Nährstoffe. Wiesengras, wilder Petersilie, wilder Mangold. Das ist alles voller Nährstoffe. Ja, wir mussten uns nicht drum kümmern. Willst du reingucken, mein Schatz? Die Natur hat alles selbst gemacht. Deswegen. Das ist also ein gesundes Frühstück. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Machen wir Tschüss, Loni. Und rein mit den Fingern. Läcker. Läcker. Mö, mö.